Der Metatron hat heute noch gar nicht viel Arbeit gehabt, dem ist auch schon ganz langweilig. Sollen wir mal gucken, habt ihr heute schon das Metatron-Bild? Ich mache mal mein Metatron-Bild auf, während ihr euch einwählt, guckt euch mal meinen Schatzi an. Ich gucke doch mal, ob ich den ganz schnell für euch parat habe. Ja, wo ist er denn? Ja, wo haben wir ihn denn? Das ist ja gar nicht so einfach so auf die Schnelle. Schauen wir doch mal, wo er ist. Ich habe doch immer mein Bild dabei, für alle die, die noch nie das Foto von Metatron gesehen haben. Die sich denken, wer ist denn die Tahuti? Die redet da von einem Engel. Ja, da haben wir ihn. So, wenn die Kamera jetzt drauf geht, dann könnt ihr den Engel sehen. Der Engel ist im Edfu-Tempel über mir, in Begleitung von Erzengel Michael. Kamera, wo bist du? Jetzt aber husch husch hier, wir machen hier keine, da haben wir ihn jetzt ein bisschen weiter hinauf, bitteschön. Hierher, wo die Maus ist, ein Stückchen weiter hoch. So, jetzt seht ihr ihn ganz klar. Hier habt ihr die Flügel von Metatron über meinem Kopf. Und hier habt ihr den Flügel von Erzengel Michael und den Kopf Erzengel Michaels. Seht ihr das? Hier die Flügel Metatrons über meinem Kronenchakra mit seiner Gestalt. Und hier den Flügel Erzengel Michaels mit seinem Kopf. Ja, da sind sie die Jungs. In voller Pracht. Wir danken den Flügel An offer. Halter die Flügel, um sich die Flügel. Wir tun Esperoящ? In Missah der Flügel.